so jetzt müssen wir zu hören sein ich drück schon mal hier auf play ich hab die tasten natürlich nicht mehr im kopf der macht gar nichts oder der macht nichts settings zehn sekunden machen wir das mal hier machen tastatur also links rechts springen ist nicht richtig springen springen x attacke y muss mal so ist jetzt schon was drück mal unten links auf den play knopf also normal sei neu startend also einfach mal oben in die adresszeile klicken und dann noch mal enter kann auch sein der live stream läuft jetzt jedenfalls so die maus können wir rausnehmen so es ist aber natürlich noch niemand da also guck mal rein wir haben einen hammer bekommen siehst du ach ich bin auch doof er hätte natürlich nach links laufen können jetzt habe ich der hammer ist ziemlich doof habe ich natürlich blöderweise chat so hier jetzt muss ich einfach im chat verbinden dann gucken wir alles im chat überhaupt drin ist ob da jemand überhaupt drin ist so schox ist da siehst du also schox ist schon im chat so schox kann kann man nicht verstehen und sehen und alles geht das alles das ist ja jetzt alles neu gemacht so jetzt kannst du den sprung wählen warte mal warte mal warte mal Ciao you ich Papa Ich bin der Vagrad nahm Ich bin der Vagrad dahin nahm Ich bin der Vagrad hinterm Da bin ich wieder Jetzt wollen wir erst mal gucken, mich eine Frau instruiert zu machen. Papa, wir haben leider verloren. Also ja, alles gut, hat er geschrieben. Lade gerade die vierte Folge Terraria hoch. Alles klar, das wäre dann bei mir die fünfte. Ich habe heute die vierte Aufkunft. Wieso geht das hier nicht? Wieso ist denn das weg? So, jetzt kannst du Waffe einstellen. Schwert, Bogen oder Hammer. Ach, wieso kann ich nicht mehr nach links gehen? Wo ist der Spielstand hin? Wir hatten das doch schon mal. Ach, ärgerlich. Müssen wir eben nochmal bis Level 25 spielen, ne? Ja, weil das nochmal von vorne angefangen haben. So, Shox hat eingetippt, dass wir einen Bogen kriegen sollen. Ach, Hammer kaputt. So, wieder eine Geldmünze. Noch eine. Da, eine Goldmünze. Alle Daten wurden gelöscht. Aber das Interessante ist, dass ich bei Steam immer noch Level... Also da ist immer noch drinne das, was ich bekommen habe. Das heißt, wir haben einen Bogen bekommen. 100% von einem Eintrag. Und wir haben einen Doppelsprung bekommen. Also können wir jetzt so springen. Und da können feilig sein. Genau, das ist der Bogen. So, jetzt muss man gucken, dass wir keine Fledermäuse zu nahe ankommen. Verstanden auch, Lena. Verstanden nur, dass wir einen Crit gemacht haben. Einen kritischen Schlag. Wie ist ein Bogen? So, wer möchte Raumkapitän sein? Da kann man jetzt eintippen, pick me. Und dann ist die Chance, dass man der Geschenkemacher wird. Oh. Das Problem ist nämlich... New Follower. Speed, was heißt denn... Warum hast du denn jetzt New Follower geschrieben? Übrigens habe ich, müsste ich eingestellt haben, dass man im Livestream sieht, wenn jemand mir folgt. Das müsste jetzt theoretisch ein Follower-Alert, ein Alarm sein. So, Schox ist jetzt Raumkapitän, weil er hat sich... Ein Geschenk! Genau, er hat mir ein Geschenk gemacht. Es ist ein grünes Herz. Super. Ja? Da stand, dass der Schox jetzt Kapitän ist und uns Geschenke machen darf. Und hier siehst du jetzt, wir können schneller angreifen. So. Ist natürlich schade, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen. Aber... Oh, da kommt die erste Fledermaus. Da stand, äh, kritischer Schuss. Also der hat mehr Schaden gemacht jetzt. So, Piu Piu. Hallo Piu Piu. 187. Der zweite Zuschauer. Also ihr seid ja sogar schon drei Zuschauer, weil Quitschibu selbst schaut auch. Das ist nämlich meine Frau. Zocka 447 oder so hat gefollowed. Kam das als Meldung? Der Sam hat uns ein Geschenk. Oh, der Sam, der Sam, der Sam. Das ist gefährlich. Warte. Habe das schon mal gehabt? Hattest du denn mir gerumpelt? Da hat der Kater den Schreibtisch abgeräumt. Den Schreibtisch abgeräumt? Ja, das ist schon eine krasse Sache, ne? So, MC Killer hat sich willkommen. Jetzt haben wir ja schon vier am Start. Ja? Der hat uns gerade ein Geschenk gemacht. Was hat geheißen? Was war da drin? Ich habe es gleich mitbekommen jetzt. Eine Goldmünze. Eine Goldmünze war drin. Da steht, wir haben kleine Gegner. Also haben wir bestimmt, entweder haben wir die kleinen Normalen. Oder wir haben... Oder wir haben... Oder wir haben hier die Fledermäuse, würde ich sagen. Oh, hast du gesehen? Das war knapp. Eine Goldmünze war da... Keine Mütze, eine Münze. So, im letzten Stream, oder? Im letzten Stream? Ne, also das mit den Alarmen habe ich jetzt eingestellt. Erst nachdem ich es neu gemacht habe. Oder was meinst du mit dem letzten Stream? Jetzt habe ich bestimmt vergessen, was ich gesagt habe. Ist ja immer doof, weil das, was ich hier erzähle, kommt ja bei euch immer erst zu ca. 10 Sekunden hinterher an. Achso, da fällt mir gerade ein. Eine Silbermünze war das. Warte. Noch eine Silbermünze. Warte, pass auf, wir machen mal schnell folgendes. Pause. Verstand auf den Namen. Wisst ihr noch, was wir zuletzt eingestellt hatten, als wir die Zeiten hier verändert haben? Papi, was stand auf diesen Namen? Schreibt mir das bitte nochmal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Was bei Poll Duration und bei Delay Countdown stand. Ja. Was stand da auf den Namen? Warte, ich sagte gleich, was da stand. Weiß es nicht. Da kam erst mal eine Münze raus. So, Goldmütze. Siehst du, Schox lacht schon, weil du Goldmütze gesagt hast. So. Kater ist entsorgt, siehste. So, jetzt gehen wir hier durch. Wir haben schnelleres, schnelleres Angreifen. Ja. Guck mal, jetzt, jetzt brauchen wir wieder Hilfe, ne? So, jetzt kann, also glaube ich, war glaube ich so. Green. So, ach, guck mal, Mama hat mitgemacht, dass wir hier sehen. Die hat da grün eingetippt, aber muss ich hier irgendwie... Und rot eingetippt. Blau und gelb sind uns noch ein bisschen im Weg. Da muss ich mal gucken. Und blau. Oh, jetzt ist das rote wieder da, als wir so ein blau wegkriegen. Kann ich das nicht abschließen vielleicht? Oh, es ist gelb, aber da komme ich auch noch nicht durch hier. Da oben lag auch immer ein Herz, das ist jetzt auch nicht da. So, so. Wie viele Leute sind denn hier so aktiv gerade? Oh, jetzt ist das grün zurückgekommen. Jetzt ist das grün zurückgekommen. Das Klaue muss weg. Das grün ist so grün kaputt, siehst du? Aber wir haben schon einen ganz schnellen Bogen. Es braucht nur Feuer drin sein. Jetzt, äh... Du musst aber aufpassen, dass da unten nicht... Aber so. Ach, Glück. War aber knapp jetzt, ne? So. Jetzt sind die Räume klein. Steht da. Also, haben wir bloß kleine Monster. Siehst du? Genau, das ist ein ganz kleiner Raum hier. Oh, ne Fehlmaus. Ne Federmaus. Und noch ein Mörgol. Wollte ich jetzt mal Feuer anschauen? Feuer oder Eis? Mal gucken, was hier bei mir kommt. Ich glaube, wenn der jetzt in Schatzkiste steht, wir haben Eis. Ne Eis, Eis. Ach, guck mal, das stimmt tatsächlich. Schox hat für Eis getippt. Für Eis gewählt. Hopp. Jetzt haben wir Eis. Ein einziger Eintrag. Oh. War da nicht kaputt machen. Wollen es nicht kaputt machen. Wir nehmen einen Slot, aber da fehlt das Geld noch dafür. Heißt, also, noch kaufen wir nix. So. Wir wollen nicht stehlen hier. Fledermaus? Genau, Batman. Kijibu hat Feuer getippt. Leider ein bisschen zu spät. So. Jetzt haben wir Eis, siehst du? Alles klar. Was sind sie hier? Aber dann kommen die noch schneller. Dann kommen die noch schneller. Die fressen, die beißen. So mal drauf. Heute läuft es doch cool. Was haben wir denn jetzt schon? Jetzt kommen die schneller, wenn die rechten. Wir sind schon im Raum 10. Überleg mal. Oh nein. Was ist das? Das ist ein Baum. Wer hat die gelegt? Was ist das? Das ist Feuer. Aber wer hat das gemacht? Wer hat denn das? Ja, da ist ne Goldmünze. Scobell. Scobell. Hallo und willkommen. Scobell hat Hellfire gemacht. Hey, da war ne Goldmünze. Hab ich jetzt verpasst, die Goldmünze? Ach, der ist geutscht. Ich sehe, ich bin einfach durch die Züge ran. Ein Stachelherz. Können wir jetzt auch stacheln? So, jetzt haben wir drei Herzen. Schau an. Und? Kleine Gegner. Super. Also kein Monster. Herz. Kein. Ah. Das ist Ehrmau. Viele für den Fehrmau. Was steht da auf dem Namen? Ganz genau. Da stand nur, dass ich einen kritischen Treffer gemacht habe. Dass der also besonders stark war. So, ich habe ausgemacht mit meiner Frau. Wenn ich das hier auf dem ersten Anhieb bis Level 25 schaffe, dann spielt ihr auch mal. So. Chiali. Mäh. Hallo. Scobell. Attack the Box. Hat er geschrieben. Ich sollte die Kiste angreifen. Was steht da? Das steht jetzt. Wir haben schnelleren Angriff. Und wir haben klebrige Fußböden. Hallo Chiali. Ey, wie viele Leute sind wir jetzt hier schon? Ich weiß es gar nicht. Wie viele Zuschauer es gerade sind. Guck mal, jetzt können wir euch ja nicht das Thema fest. So. Ein Herz. Ein Feuerherz. Sehr gut. Ist das so zu gucken? Oh, der ist runtergefallen. Oh, der ist runtergefallen. Oh, der ist runtergefallen. Oh, der ist runtergefallen. So, warte, warte, warte. Hopp, hopp. Das geht doch ganz einfach. Wir sind schon in Raum 12. Ein Liebesherz. Zack. So. Haben wir das Stachelherz damit aber verloren? Ist ja interessant. Down hat sie getippt. Oder er. Das ist immer schwer einzuschätzen. Oh. Was? So, jetzt haben wir schon drei Einträge. 67% haben dafür getippt, dass wir nach oben laufen müssen ab sofort. Nächste Treppen gehen hoch. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Das geht so schnell alles hier. Das geht so extrem. Mal, hör zu. Mal, tippt auch schon mit rein. Hab ich das jetzt gestellt. So. Natürlich ist das Feuer nicht schlecht, weil Feuer... Oh, was weiß ich nicht! Oh, was ist das denn da? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Das heißt immer, dass ich einen kritischen Treffer gemacht habe. Also, dass mein Treffer mehr Schaden gemacht hat. Oh, wir haben ein Herz verloren! Ja, wir haben ein Herz verloren. Das stimmt. Oh, da kommt ein neues Herz, siehste? Jetzt mal! Na bitte geht doch! Ach so, kleiner soll ich werden? Kleiner, kleiner, smaller, smaller 4. In real life Treppen runter, im Spiel Treppen hoch, so sieht das aus. Aber das macht es auch leichter, im Spiel Treppen hoch. So! Rooms are now small!